und damit herzlich willkommen zu The Walking Dead Michonne bei eurem MH261095 Untertitelung des ZDF, 2020 Episode 2 Give No Shelter It didn't have to happen this way You gotta learn to keep your machete on your back Instead of hack your way up I couldn't rest leaving you behind You gotta believe I know what I'm doing sometimes All I'm saying is next time let me do what I do first And if that doesn't work, your machete can do it all There's no way we can get back to our boat We can hide out at my house until it's clear My dad can help you It's not far We'll get there before morning Your dad? Why didn't you mention him before? I don't want Norma looking for him I'll tell you more on the way Sean? Oh, God Oh, God Oh, God Get your cover Go We can lose them in the woods How are we gonna do that? Yeah It's not like we're just gonna walk through those things Just watch Hold it down Was? Ich hab doch eh gedrückt Ey, das kann doch nicht sein Bin ich jetzt so schlecht Aufkommen ja, du Spasti Jesus Christ Now we must walk Stay close Stay quiet As long as we don't bump into a new bed, we'll be fine. Oh, die Kinder wieder, gerade in dem Moment. Oh, die. I can't believe that worked. Just be glad it did. Oh, shit. Head mentality. So, haben sie es geschafft? The crew's gonna have to wait. We'll circle back, when things cool off. Better not take long. Don't like the thought of Oakley's unsupervised. There's a shortcut to my health. So, you're not gonna like him. I'm not as bad as you looked. I know the way up. It's all work. You sure this thing's safe? It's safer than taking the long way home. If we survive this, I won't complain about going up the rigging. Craig and I climbed it one by one. But I don't think we have time for that. Follow my lead. Some fucking shortcut. What? Oh, shit. Das ist so einfach. hochleadern können. Oh, oh, oh. Ich bin schon da. Fuck! Son of a fucking gun. Move! Sam, jump! Michonne! You'll be alright, Sam. I'm gonna get you home. Oh, yeah. 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 My house is up ahead. You're not far. Oh, oh. Oh, no. Oh, yeah. 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 And we couldn't make mistakes. move on. But you stole from them again? Ich bin grüß. Wir waren schade. Norma, Norma, ich... Ich sollte sie niemals niemals schrauben. Sieht mich als eine Frau, die nicht zu schrauben. Das letzte Mal, ich dachte, wir könnten nur diese Sachen auf der Ferie... Aber Gregge... Er hat nicht gedacht, dass es sich in der Safe ist. Ich sollte nicht... Listen... Gott, ich werde... Danke. Ein Weg zu entfernen. Du sieht nicht so gut aus. Ich fühle mich... Ich fühle mich... Even schlimmer. Talking... Helft. Ich... Ich... Ich will nicht auf dich schrauben. Stay mit uns, Sam. Wir werden dich nach Hause bringen. Hast du sicher, dass dein Haus sicher ist? Ich glaube so. Wir haben uns in der Vergangenheit gehalten. Wie lange es ist. Es ist schwer zu finden. Das ist unsere einzige reale Gefängnis. So... Wir haben Glück gehabt. Jetzt... Ich nehme alles, was wir können. Ich habe das, was wir können. Ich habe das, was wir können. Ich habe das. 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 Und wir können nach Hause gehen. Die Wälder sind problem. Die Menschen sind schlecht. Ich habe das. Ich habe das nicht gehört. Du kannst dich nicht so denken. Fokus auf nach Hause. Ich... Ich weiß nicht. Wie soll ich sagen meinem Vater über Gregg sagen? Es wird ihn verletzt. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Nur gib ihm die Wahrheit. Er will wissen, was wirklich passiert. Du wirst nicht wissen, wie ich mache. Nach meiner Mutter. Er ist kein Fan von Schmerzen. Sie sieht aus wie Maggie von dem richtigen Walking Dead. Er ist kein Wreck. Komm her! So, wir müssen gehen. Ein spatialer... Du wirst nicht raus, aber es wird nicht leer. Entschuldigt sein... often kann ich. ... ... Alles klar? Almost there, Sam. Almost home. Don't fucking move! Now, one more step! Whoa, 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 whoa! Not gonna hurt you. We just wanna help this girl! Sam! Is she dead? Did you kill her? Answer me or I'll shoot! I'm not fucking around! Sam's still alive, but she won't be for long unless you let us in. I'll shoot her. Sam? Maybe you shot her. Or you. Maybe you'll come in here and kill everyone. I can't take that risk. So just put Sam down and leave. The longer you talk, the more blood she loses. God damn it! Fine! Get her in here! Oh shit! Oh shit! Ah ja. Das sieht aus wie Alexandria. Mit der schönen Mauer. Was? Was? Was ist dein Name? Es ist James. Okay, James. Hast du ein First Aid Kit? Kind of. Get it. Fast. Whatever we're gonna do, we gotta do it fast. Got it! What are you doing with that? Sam? Sam, I got you. I'm here. I need to clean the wound. Sam! Is the bullets still in there? Didn't punch through. We gotta, we gotta get it out, right? There's too much blood. You're gonna have to use this. I'll hold her down. I need to heal. I need to heal. What if I need to heal? I need to heal. There's too much blood. Halt mir das! Ich werde nicht lieb, das wird wirklich schuldig sein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 James, lass mich... Schön zugeödet... Ödet... Ich kann es nicht verlieren, ich kann es nicht verlieren... Die Blöden stopt, das ist das Wichtigste. Sag mir... Was ist passiert? Sag mir... Du bist aus dem Herzen... Mit meiner Frau, fast zu sterben... Das Blöden sollte mich zerrehen... Ich habe Sam statt. Dann sollte es dich stehen auf dieser Tafel sein. Schau mich an. Ich weiß nicht, wer du bist, aber... Dad! Dad? Wo ist Ray? Wo ist Ray? Und mich? No. Es ist okay, boys. Es ist okay. Ich bin hier. Oh Gott, der Dinosaurier. Oh Gott, der Dinosaurier. Ich bin hier. Ja. Oh Gott. Wie ist zum ZDF? Denken wir hier? Gut. Okay. Alter, was geht hier ab? Die Kinder wurden erschossen, oder? Die Kinder wurden erschossen, oder? Die Kinder wurden erschossen, oder? Entschuldigung. Was ist passiert hier? Sie haben mich gegründet. Du hast alles gelegt. Hallo? Die Linien sind verabschiedet. Ich habe sie zu suchen. Ich auch. Ich hoffe, dass sie gut sind. Ich habe mit Dominik gesprochen, aber es war... Es war schrecklich. Ich weiß nicht, ob es ihm war oder wer, aber... Frau Jones ist so schrecklich. Die Mädchen, auch. Sie sind schrecklich. Sie sind schrecklich. Donna? Wo er die Mädchen nahm? Hier. Zu meinem Platz, außerhalb der Städte. Ich dachte, es wäre sicherer. Hundert Jahre. Wir mussten sie finden. Sie können irgendwo sein. Und wenn wir sie mit ihnen nehmen, ich... Ich bin nicht... Bleib an, wo du bist. Ich komme zu dir. Hey, warte! Bitte, bitte! Ich will sie! Nein! Ich geh dich... Wer bist du mit? Das ist... Ich geh das zu spät. Ich geh das zu, dass ich... Ich geh die Sache mit ihm nicht. Das ist ein paar Tage.